Lassen Sie die Seele baumeln und machen Sie Ferien auf dem Bauernhof. Auf dem von Eichen umstandenen alten Ferienhof können Sie das Landleben so richtig genießen. Hier gibt es viel frische Luft und die Parklandschaft des Münsterlandes wird zu erlebnisreichen Ausfliegen ein. Der traditionsbewusste Familienbetrieb besteht seit dem 16. Jahrhundert und bietet gemütliche rollstuhlfahrergerechte Ferienwohnungen in modernem Ambiente mit zeitgemäßen Komfort. Zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in direkter und weiterer Umgebung laden ein zum Entspannen. Ob eine Bootsfahrt auf dem kleinen hauseigenen See, ein Grillfest in der Abendsonne, eine Planwagenfahrt oder Radtour durch Wald und Wiese, es wird bestimmt das Passende für Sie dabei sein. Familie Warnsing und Frau Picker freuen sich auf ihren Besuch. Ferienhof Warnsing, Fischer Diek 123 in Velen.